Hi und herzlich willkommen zu einer kurzen Bauchy-Off-Sendung Spezial. Ab Montag, auch in deiner Nähe, Maulkorbpflicht. So, ich würde jetzt gerne eins mit dem Maulkorb machen, aber ich habe keinen anderen, deswegen haben wir etwas Passendes genommen. Wichtig ist, was ich hier an dieser Stelle auch für meine Pflicht halte, jetzt durch die Maulkorbpflicht, halt auch zu erwähnen, dass ich mich weigere, in der Öffentlichkeit mit sowas rumzulaufen, wenn da nicht dieser Hashtag drauf ist und bei mir auch noch hier das eben erfundene internationale Zeichen für den Friedensfinger. Also schlimm ist auch wirklich, man kann in den Dingern ja nicht reden. Wie willst du denn da eine Viertelstunde jemandem was erzählen, wenn du überhaupt nicht atmen kannst? Und gerade beim Reden wäre es so, richtig atmen zu können. Wir sollten wohl nicht atmen können, wenn wir reden oder halt nicht reden können. Es war einmal in einem Land, in dem du das Recht hattest, deine Fresse zu halten. In dem du zwar verpflichtet warst, das Maul aufzumachen, wenn du Unrecht siehst, aber nicht, wenn irgendwelche Autoritäten das Unrecht haben. Dann hast du, wenn Autoritäten das Unrecht anrichten, dann hast du das Recht, die Fresse zu halten. Wenn du verhaftet wirst, dann ist das auch so, du hast das Recht, die Fresse zu halten, weil, wenn du irgendwas sagst, dann kann und wird das, nicht eventuell vielleicht, sondern definitiv vor Gericht gegen dich verwendet. Egal, was du gemeint hast, die drehen im Notfall dann auch noch die Worte im Mund rum. Thema der heutigen Sendung ist die Zerstörung der Welt. Das ist die End of the World, as we know it. Haben irgendwie vor ein paar Jahren schon mal Leute gesungen, das glaube ich gerade aktuell wie nie, weil, wenn eins feststeht, das definitiv inzwischen zur Wahrheit gehört, dann, dass nichts mehr so sein wird, wie wir es mal gekannt haben. Wenn wir nach dem Tag der Entlassung raus dürfen, dürfte sich zeigen, spätestens dann, dass die Welt, in der wir mal gelebt haben, zerstört ist. Jetzt nützt das nicht viel, mit den Fingern auf andere zu zeigen, weil wir da alle dran beteiligt sind. Wir alle beteiligen uns an der Zerstörung der Welt. Die einen mehr, die anderen weniger, gar keine Frage, aber wenn wir von einer zerstörten Welt im Moment zu tun haben, dann haben wir die Mitte verursacht. Und eventuell auf Geheiß, durch Gehorsam, auf Geheiß, durch Gehorsam, durch Gehorsam. Da muss man eigentlich sich überhaupt nicht wirklich für schämen, weil in der Welt, in die wir gewohren wurden, ist es halt nun mal eben so, dass wir ja tun sollen, was man uns sagt. Wir wollen ja Gehorsam leisten. Und wenn nicht, dann ist normalerweise immer gesichert, dass du am nächsten Monatsersten deine Miete nicht zahlen kannst. Und das ist ein ausreichend großes Druckmittel, um die Leute tatsächlich dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie, ohne dass sie Geld dafür bekämen, gar nicht tun würden. Und so kommt es halt eben, dass auch Dinge für Geld getan werden, die halt eben, die ich für sehr gefährlich halte. Ich zum Beispiel gerade sehe, dass irgendwelche Leute in blindem Gehorsam und, weil sie am Monatsersten nächsten Monat wieder ihre Miete zahlen müssen, oder ihre Abtragung an die Bank oder was weiß ich was, irgendwas gibt es am Monatsersten drum immer zu zahlen. Und das dann auf Kosten anderer geht, ist sowas, eigentlich gibt es ein ganzes Gesetzwerk, das das verbietet, dass das passiert. Aber es gibt Leute, die sind anders. Die haben Waffen und vermeintliche Autorität, die sie aber auch nur mit den Waffen aufrechterhalten können. Und weil sie auch noch eine Uniform tragen, meinen sie, sie hätten das Recht auch dazu. Das hat man ihnen ja auch gesagt, sie haben einen Waffenschein, sie haben eine Prüfung abgelegt, dürfen da jetzt halt eine Waffe benutzen. Aber der Punkt ist, dass das für ein sehr großes Ungleichgewicht sorgt. Das ist sehr unfair. Ich würde hier gerne einen Aufruf machen, einfach einen so aus dem Herz raus, aus dem Bauch raus, an die Menschlichkeit in uns allen. Weil das auch wieder ist was, wo wir alle zu beitragen. Ja, es gibt nicht nur Leute, die sich ermächtigen, das Recht zu tragen, eine Waffe mit sich herumzutragen. Sondern es gibt auch die Leute, die das zulassen, dass andere eine Waffe benutzen dürfen. Und zwar gegen sie und sie selber nicht. Das ist alles nur in unseren Köpfen. Denkt mal drüber nach. Und das hat nicht viel mit Menschlichkeit zu tun. Wenn nämlich gewisse Gesetze nur überhaupt befolgt werden können, weil es Leute gibt, die durch diese Waffen... Und wer hat euch denn bitte diese Waffengewalt gegeben? Wer hat euch das Recht gegeben? Kam immer von oben, ne? Irgendjemand von oben hat euch die Erlaubnis gegeben. Ihr dürft eine Waffe tragen. Aber nur, wenn ihr auf unserer Seite und nach unseren Spielregeln arbeitet. Und vor allen Dingen immer in die Richtung einsetzen. Nicht hier hinschießen. No, no. Hier darfst du noch nicht mal widersprechen. Hier darfst du noch nicht mal in Frage stellen, was ich dir sage. Was du tun sollst. Aber wenn du tust, was ich dir sage, dann brauchst du keine Sorgen, um deinen nächsten Monatsersten zu machen. Und du darfst eine Waffe mit dir rumtragen. Und wenn wir jetzt zu diesen blindlings Gehorchenden gehören, dann sollten wir uns vielleicht mal überlegen, auf wessen Seite wir da gerade stehen. Fakt ist, dass es Menschen gibt, die andere unterdrücken. Das sieht man dann der Auswirkung. Und wenn ein ganzes Land demnächst nur noch mit einem Maulkorb raus darf. Und das ist der Grund, warum ich mich weigere, einen Mundschutz zu tragen. Weil den Mund schützt da überhaupt gar nichts. Also meine Lippen weder noch meine Zähne noch meine Zunge hat irgendetwas davon, wenn ich mir so ein Stück Stoff vor den Mund mache. Und da ich gesund bin und keine Corona-Grippe-Viren aus mir rausatme, sehe ich eigentlich keinen Sinn, warum ich nicht frische Luft atmen darf. Das ist alles nur in unseren Köpfen. Denkt mal drüber nach. Also wenn mein Atem so tödlich ist, dass andere davon sterben können, dann hätte mir man bitte viel früher Bescheid sagen sollen. Das wäre echt nett gewesen. Und so mache ich einen Aufruf an die Menschlichkeit in uns allen. Die einen nicht mehr zu gehorchen und die anderen auch nicht mehr zu gehorchen. Und zwar die mit der Waffengewalt und die ohne die Waffengewalt. Überlegt euch mal bitte, wo da das Verhältnis ist, dass irgendwelche Leute das Recht haben, Gebrauch von ihren Druckmitteln, die sie von oben in die Hände bekommen haben, zu verwenden, damit sie ihre nächste Miete bezahlt bekommen. Und das auf Kosten von anderen. Und wenn da irgendjemand mal mit einem Tütchen Gras erwischt wird, dann wird der platt gemacht, weil das ja illegal ist. Warum ist es illegal, laut Politikerinnen, die dafür verantwortlich sind, weil es verboten ist? Hallo? Was ist denn das für eine Begründung? Aber genau das ist der Punkt. Wenn wir uns das, was wir tun und lassen sollen, mit so einem Blödsinn begründen lassen, müssen wir uns nicht wundern, dass die Welt aussieht, wie sie aussieht und vor die Hunde geht. Das ist alles nur in unseren Köpfen. Denkt mal drüber nach. Auf diese Weise zerstören wir die Welt. All dieses Verhalten geht auf Kosten der Menschlichkeit. Und das letztendlich, weil sich alle verhalten wie Zombies. Die machen, was sie gesagt bekommen. Weil Mitdenken und eigene Gedanken sich machen. Ist in dieser, kenne ich aus Erfahrung, ist in dieser Gesellschaft nicht sehr gefragt, wird man ordentlich Gegenwind. Das Bisschen macht sich nicht sehr beliebt mit. Hättet ihr eure Pistolen nicht, liebe Polizei, da würde kein Schwein euch als Autorität anerkennen und sich von euch terrorisieren lassen. Klar helft ihr auch manchmal irgendwem. Aber die meisten Leute haben Probleme mit euch, oder? Und eigentlich immer nur, weil andere Leute Probleme mit denen haben, weil die nicht so agieren, wie man das gerne hätte. Ja, das ist aber eine Auswirkung in der Gesellschaft, in der man mit Waffengewalt irgendwo Leute dazu bringt, irgendwelche Dinge zu tun, die dann als illegal bezeichnet werden und dann ins Extrem fallen und dann tatsächlich ins Unmenschliche fallen. Und anderen Menschen dann auch aus diesem Druck heraus irgendwas antut, was dann auch wieder ein Verbrechen ist. Das ist aber eigentlich eine logische Konsequenz. Und die bekommt man nicht durch Gefängnisstrafen eingedämmt. Die würde man lockern können, wenn man diesen Stress mal wieder entzieht. Und das kann jeder Einzelne von uns. Aber wer seine Monatsmiete auf Kosten von anderen nur sichern kann und meint, weil er seine Monatsmiete bezahlen muss, mit anderen Leuten machen können, was immer, egal wie menschlich das ist oder nicht, dann ist das ziemlich scheiße. Einfach mal gesagt. Einfach doof. So, und wer das Recht hat, das Recht mit Füßen zu treten, bloß weil er dafür bezahlt wird, es zu vertreten. Und guck mal, wie viel die Polizei darf, weil andere Leute nicht dürfen. Da darfst du nicht einfach mit irgendeinem Wisch in der Hand irgendwo in eine Wohnung einbrechen und die Leute da rauszerren und bloß weil die irgendwas gemacht haben, was irgendjemandem nicht gefällt. Zum Beispiel anders gedacht. Oder ihre Kinder nicht geimpft. Oder ohne Maulkorb rumgelaufen sind. Das ist jetzt dann keine Beleidigung, wenn ich frage, sag mal, habt ihr sie noch alle? Habt ihr sie noch alle? Habt ihr sie noch alle? Und die Frage, das geht nicht nur an Beamte und Polizisten raus, das geht an alle raus. Habt ihr sie noch alle? Wie lang und wie weit wollt ihr euch alle denn noch verarschen lassen? Das ist alles nur in unseren Köpfen. Denkt mal drüber nach. Und an dem Punkt, wo wir von Kohle sprechen und dem Problem, dass wir alle am nächsten Monatsersten wieder unsere Miete zahlen müssen, da werden wir auf einmal wieder eins. Ich lass mir von keinem mehr sagen, dass er größere Rechte hat als ich, bloß weil er auch irgendwie versucht, seine Monatsmiete zu bezahlen. Oder überhaupt alles bezahlen. Überlegt euch, auf welcher Seite ihr steht. Weil die Regierung macht Krieg. Und die Zerstörung der Welt geschieht durch uns. Alle. Durch uns alle. 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 Und das muss uns langsam mal bewusst werden. Wenn wir die ganze Zeit gegen irgendwelche anderen Leute arbeiten, sind wir maßgeblich an der Zerstörung der Welt beteiligt. Weil dieses Verhalten die Welt zerstört. Und da darf sich gerade jeder an die eigene Nase packen, inklusive mir. Gibt bestimmt auch noch irgendwelche Sachen, wo ich besser kann als bisher. Und ich bin gerne bereit zu gucken, wo ich es verbessern kann. Aber das bringt überhaupt nichts, wenn andere Leute dann weiter meinen, sie könnten, ich bin nicht auf King Kong machen. Und andere Leute sich dann vor denen beugeln. Das ist alles nur in unseren Köpfen. Denkt mal drüber nach. Das ist wichtig. Diese ganze Sache. Wir müssen mal aus dieser gebeugten Haltung rauskommen. Wir müssen mal Menschen wieder werden, die sich auf Augenhöhe beachten und beobachten können. Auch sich selber aus einer erhöhten Perspektive. Was mache ich eigentlich? Was lasse ich meine Hände Tag für Tag tun? Und was für Auswirkungen hat das in meinem Umfeld? Und ich bin nicht der Einzige, der von der Polizei sich eher gestresst als von ihr geholfen fühlt. Ich will am Ende noch einen Text anhängen, der vielen nicht geläufig ist, obwohl sie ihn schon auf Englisch unter Umständen tausendfach mitgesungen haben. Mal gucken, ob ihr ihn erkennt. Es ist die deutsche Übersetzung und reduziert aufs Wesentliche. Ein weiterer Kopf hängt langsam. Das Kind wird weggenommen. Und die Gewalt ruft Stille hervor. Mit wem wurden wir hier verwechselt? Mit irgendwelchem Pack? Aber du weißt, das bin nicht ich. Das ist nicht meine Familie. In deinem Kopf, in deinem Kopf, da kämpfen sie mit ihren Panzern und ihren Bomben und ihren Bomben und ihren Waffen und deinem Kopf. In deinem Kopf, da schreien sie. In deinem Kopf, in deinem Kopf, Zombie. Was geht in deinem Kopf vor, du Zombie? Es ist immer das gleiche Thema seit 1916. Und in deinem Kopf, in deinem Kopf kämpfen sie immer noch mit ihren Panzern und ihren Bomben und ihren Bomben und ihren Pistolen. In deinem Kopf, da sterben sie. In deinem Kopf, Zombie. Was geht in deinem Kopf vor? Wenn in deinem Kopf vorgeht, dass du das Recht hast, mit Gewalt andere Leute dazu zu bringen, das zu tun, was du denen sagst, dann bist du im Unrecht. Wenn du es nicht ohne Waffengewalt schaffst, deine Ideen durchzusetzen und andere dafür zu begeistern, dir zu folgen, dann bist du ein Gewalttäter. Gewalt ist immer eine Information, die der Empfänger nicht will. Und wenn ich das, was ich von jemand anderem will, nur mit Gewalt durchgesetzt bin, dann ist das scheißegal, ob ich ein Polizist bin oder ein Beamter oder ein Richter oder ein Vater, der seine Kinder zu irgendwas zwingt. Oder ein Mann, der irgendwelche Frauen zu irgendwas zwingt. Oder ob ich ein Chef bin, der über monetäre Druckmittel irgendjemanden dazu zwingt, irgendwas zu tun, was er nicht will. Und diese Gewalt, die zerstört die Welt. Und es wird Zeit, das nicht mehr zuzulassen und da einfach wenigstens mal drüber nachzudenken. Im Rahmen dessen wollte ich hier einfach mal darüber reden. Tschüss mit F. Habt euch lieb. Fickt euch glücklich. Muss jetzt einfach mal gesagt werden. Und bis zum nächsten Mal.